Und die ist... Was? Hier sterben schon die ersten Leute. Schreibt schon wieder einer. Okay, fangen wir mal damit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie heißt die Meldung überhaupt? Weiß ich nicht. Aber das Video heißt ja so. Insofern herzlich willkommen. Ich kann nur nach hinten gucken. Sag, wenn wir aussteigen sollen. Ich sehe nämlich nichts. Ich habe doch kein Ziel gegeben, glaube ich. Hier war doch dieses Haus. Hier war doch dieses Haus. Da steige ich jetzt aus. Geiler Reim. Bleibst gleich daheim. Übertreibst nicht. Was? War der zerstört? Was fliegt denn auf uns? Hier oben. Vor uns. Was? Was? Der Panzer hat mich bald erwischt. Aber Squad, hier kriegst du irgendwie trotzdem noch. Naja. Ach, Moment, da gibt es doch auch ein Boot. Ich komme... Ne, doch. Ich komme in der Base raus und dann können wir dieses Boot nehmen. War nochmal Reparatur? Funktioniert das UAV? Oh, dann kommt Heli. Jetzt fliegt er wieder alleine. Pull down. Ja. Ich bin bei dir gespawnd. Ja, es tut mir leid. Aber dann nehmen wir hier das Boot. Das Boot ist auch gut. Nehmen wir ein Boot. I'm on a boat. I'm on a boat. I'm on a boat. Pull down. Na komm. Ich komme. Ich komme. Ich schwimme ein bisschen. Dicker. Wow, Fanny. Das Ding träge. Beben nennst du dir dick. Ich bin gut gebaut. Schwere Knochen. So, ich würde gerne Bravo setzen. Es geht gerade wenig. Egal. Ich bin schützt. Ich parke mal so... Ist das eine Mine da im Wasser? Ich parke mal so, dass wir beide zur Seite gucken können, hoffentlich. Oh. Aber es geht aber nicht. Oh, Panzer, 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 Panzerbomb. Ja, gut. So funktioniert das alles nicht. Ich sehe schon. Gehe ich halt als Engineer und mit Raketen. Zeig zwei gute Ansätze, die nicht gut liefen. Ja. Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht bereit. Ach, der ist Gott. Ah, lass. Nimm mich mit. Jetzt fährt er mich dort. Jetzt... Du bist ja ein... Oh, das geht ja. Oh, das geht ja. Das tut mir halt. Ja, so, gut. Jetzt fährt er da schön... Oh, Heli! Oh, Heli! Das Boot ist wieder da, ne? Scheiße, was aufs Boot. Ich sehe den Heli. Leider. Echt? Oh, hier steht ein Heli. Jetzt mal greifen. Mach ab, ich hab ihn zuerst gesehen. Du darfst doch mitfahren. Mitfahren? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Freelook ist immer noch so, okay. Oh, der Kloss im Panzer, dann... Lass mal den Kloss erstmal vorfahren. Oh, alles klar. Lass erstmal den Kloss regeln. Ja, kann er. Wie zerrummelt der denn so? Was ist denn da los? Was gibt's denn da wohl so zu erschießen? Schieß der mal einfach so ein bisschen genauer. Ich denke gar nichts. Weil der ja nicht sputtet wird. Ist immer noch Hardcore. Uiuiui. Oh, da ist ja ne Flak. Oh, da wollen wir lieber nicht hin. Lass uns da mal nicht hinfliegen. Panzerkloss. Der Panzerkloss. Wow. Panzerkloss. Ich hab irgendeinen. Ich denk, dass der bei der Dings war. Ja. Das wär natürlich schön gewesen, ne? Wo ist denn ein Tank? Da, da vielleicht. Mittendrin steht er, ja. Ich bin drin. Alles klar. Oh, jetzt kriegt er auch noch Flak. Ist sauber. Kriegst du eigentlich auch einen Bonus jetzt? Ja, ja. Klingelt ab und zu mal. Wo ist er? Ist er down? Ja. Panzer ist down. Aber die Brücke ist leider auch down. Ja. Ist da. Aber hör, Kompany 4 ist auch mal gerepariert. Oh, da ist, äh... Ist wieder ein Panzer direkt unter uns. Und direkt unter uns jetzt Fußgänger. Wie ist der denn? Direkt hier in der Ruine, Kloss. Da, wo ich entschließe. Was ist das für ein Geräusch? Missile. Da sitzt der drinnen. Was kann ich dagegen tun? Ja. Nichts. Ist ja mit drin. Ui. Kann wenigstens nochmal nach außen... Außen gucken. Okay. Äh, gab's nicht irgendwie... Ach, Abwehrmaßnahmen. Ach, das ist wieder der Mist. Wenn du eine Abwehrmaßnahme haben willst, dann musst du auf Rauch gehen. Und dann kannst du aber halt... Hast du halt auch im Panzer Rauch. Und das will ja keiner. Gut. Ähm... Ich geh mal als, ähm... Medic... Komm ich da bei euch rau... Nein! Hopp. Oh, der Hubschrauber ist wieder da. Habe ich jetzt Rauch? Warte. Warte. Komm, Dicker, lauf. Schwimmen kann ich, aber fliegen nicht. Jetzt. Gut. Panzerrecht. Hast du, ähm... Hast du Zoom oder sowas? Ne. Habe ich vergessen gerade. Ähm... Das ist leider nichts markiert. Aber von da kam... Oh, jetzt ist die Flak wieder. Siehst du? Ja, ja, ja. Ich weiß, wo sie ist. Dann gib ihr. Okay. Ich stelle dich... Hitmarker, aber ich weiß nicht. Panzer? Direkt im Lager? Oh, oh. Jetzt... Mach ich's gerade falsch. Zerstört. Ich hab auch nen Hitmarker bekommen. Vehicle Damage. Du musst doch jetzt down gehen. Jawoll. Down. Sauber. Boah. 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 Ich bin... rausgestiegen. Ups. Das war nicht meine Überabdächtigung. Punkt, der ich hier bitte mal abgemacht. So meint du jetzt? Irgendwo auf den Hügel von Dale, du musst doch ein Schauschütze sein. Ich seh, ich seh. Könnt ihr einmal rüberfliegen? Äh, Mama Tan, ich kann nicht abholen, wenn du nicht bei mir... Ne, ich bin da. Hör den Palmen. Super. Ich krieg schon wieder was. Bin ich eigentlich... Ne, ich bin nicht Ingenieur. Aber kann man hier nicht reparieren, wenn man in der Homebase umdümpelt? Boah. Keine Ahnung. Wohl nicht. Boah, er fliegt sich viel unruhiger als... Boah. ... als im Vierer. Boah. Kannst aber nicht so hochfliegen wie im Vierer oder im Dreier. Stimmt. Ne, jetzt hab ich Zoom drin. Ah, nice. Siehst du was? Ne, weil ich ein blödes, äh... Oh, die Flagg wieder... Kaum leg ich mir zur Seite, komisches Ding. Behegel destroyed. Sauer. Wo ist denn der Panzer? Da ist was geradeaus. Was? Über rechts die Seite ist... Aussteigen. Ja. Ist echt cool da. Siehst doch alles von da. Okay. Boah, direkt abgeschossen worden vom Panzer. Na gut. War bestimmt noch sauer. Ah ja. Uh, und Sniper auch noch. Woah, woah, woah. Schon was wünsch ich? Oh, ich hab ja gar nicht die Sniper geachtet. Die Sniper sind hinter euch. Das liegt ja da drüben irgendwie gar nicht rüber, so, ne? Das ist ja fast nicht so sinnvoll. Ich glaub, wir können auch durch den Fluss durchschauen. Fahren? Ja. Ist ja natürlich schön. Wir kommen gerade ein Pio rüber. Okay. Momentan, ich bin hinter dir. Aber der blöde Panzer steht immer noch da in der Base. Steig vor uns hinter dem Autofrack. Weiß aber nicht immer. Es sind sogar zwei. Boah, ich hab dich. Da warte noch ein Stück. Doch, da ist noch ein Stück. Warum treffe ich den nicht? Oh, was? Cool down. Das kann doch nicht sein, ey. Der Heli ist wieder da. Ich mach mal, ähm, engineer, dass ich den zwischendrin noch mal reparieren kann. Oh, von rechts jetzt. Ja, wahrscheinlich der Typ, der Heli wurde. Ja, ich hab ihn. So. Gerade im Kampfpanzer. Top down. So, Kampfpanzer ist down. Jetzt, äh... Dahin führst du, glaub ich, der andere oder so. Ihr müsst da mal irgendwie, äh, von der Seite weg. Denn ihr kommt halt nicht an, äh, an die Base ran, so. Los! Mütze! Okay. Dann reicht die abzuschießen. Na ja. Jawoll. Kannst du dich von hier einfach aufs M kommen und drauf schießen? Das wär was, ja. Haben wir da direkt im Blickfeld. So. So, jetzt ist es aber wirklich frei. Jetzt müsst ihr da ran. Habt ihr doch einen Platz? Da kriegt man. Da wirst du noch fahren. Leute, ich bin jetzt einfach grad gestorben. Was war das denn? Das kommt mit dem Alter. Alter, Schwäche. Ich hab hier mal kurz, äh... Steck mich mal kurz ein bisschen. Ja, jetzt bin ich wieder. Ja. Sauber. Ja, eine Lüge waren rein, der geht grad noch. Okay, wir haben noch über 100 F-Tickets noch. Boah, der... Hält ja ganz schön was aus, der Panzer. Warte, er passt. Boah, das ist die Brücke. Nice. So. Kampffanzer auf der Hauptstraße? Kampffanzer auf der Hauptstraße? Ja. Das hätte ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wo der hin will. Ja, der weiß das selber nicht. Ausgestiegen. Einer ist ausgestiegen. Robin. Da steht jetzt ein Panzer, den könnten wir jetzt mal sicherstellen. Da ist wieder einer drin. Echt? Okay. Ja. Moment, das Ding. Dann machen wir den nochmal schnell kaputt. Destroy Vehicle, aber keinen, keinen Kill gekriegt. So durch den Fluss fahren, Klaus, ne? So. Läuft doch. Oh, oh. Schlag. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden das gemacht hat. Kannst du mal reparieren? Ja. Ob man da jetzt anhalten sollte, um... Ja, danke. Um zu reparieren. Da hinten schießt was. Ich wüsste, wo es ist. Seht ihr, siehst du, wo es vorher kommt? Oh, ich geh mal reparieren. Ich bin sicher. Bin sie? Meines. Ich verspreche nichts. Ganz langsam. Da. Oh, Eli. Geradeaus. Doch, 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 doch. Nein! Doch, doch. Ah, knapp. Uiuiui. Ich hab mir jetzt noch überlegt. Ist das nicht eigentlich verbündet? Naja, dann geht er hin. Jetzt legen wir das Wracken ab. So, jetzt lande ich mal gerade. Panzer. Ganz oben links. Auf der Anhöhe. So ein Radpanzer ist das. Machst du da gerade Munitionsverbrauch schießen, oder? Ich hab's doch. Ich sehe durch das blöde Infrarot hier, was da drauf ist, oder was auch immer das ist, sich hat gar nichts. Recht ätzend. Oh, sieht lustig aus. Gut, so. Warte geht's. Warte geht's. Moment, warum haben wir denn nur noch 61 Tickets? Stützer links. Ja. Auf dem Höfel, aber da fährt auch was. So ein Reparatur. Kampfpanzer erledigt. Abstand. Geradeaus. Flak. Flak trifft uns. Stützer Panzer erledigt. Habe ihn. Oh, der fliegt uns entgegen. Ich fang ihn. Habe ihn. Habe ihn. Oh, der fliegt uns entgegen. Ich fang ihn. Habe. Habe. Oh, oh. Jetzt wird man angenommen. Hui. Jetzt. Hui. Achso, jetzt ist natürlich der auch gerade in der Anti-Air gespawnt. Ach ja. Nun, da ist aber ein Heli bei uns in der Base, den noch keiner will. Oh, was war... Dann nehme ich den noch. Was denn? Bauen wir gleich. Ach, sagt er bloß, wir haben Tickets für das ganze Match. Und die erneuern sich nicht. Panz. Wenn wir aber rauf. Ist noch eine Mine. Du bist fast tot versorfen lassen. Seid ihr Angreifer oder ist das Heilige? Angreifer. 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 Echt? Boah, das klipp, ey. Ja, sieht so aus. Ja. Wut? Da ist er noch umgebrannt? Ich habe gar nicht gesehen. Ja, doch. Achst du zum Boden bitte, ne? Ja. Ich glaube, da im Haus schießt einer. Ja. Da vorne dran ist... Ah, nicht mehr. Da im Haus, wo ich gerade hinschieße, treffe ich ständig wen. Ja, jetzt habe ich ihn gekillt. Schießt er nochmal hin. Ach, guck mal da. Geradeaus. Und noch einer. Jetzt hoffe ich, die zwei in 200 FPS spielen. Juhu. Ist der so laut. Geradeaus. Geradeaus. Was siehst du? Ja, links von uns. Okay, dann nehme du den links von uns. Ich nehme den geradeaus. Oh, ein Panzer. Könnte ich mal. Ja. Panzer fällt weg. Ich kriege noch... Na ja, vielleicht doch nicht. Oh, hier kommt uns einer entgegen. Wie zuvor kommt. Woanders hin. Ich... Ja, ja. Ich knurre geradeaus. Ich habe noch eine Zeit weiter zu machen. Ach ne, jetzt haben wir doch wieder Tickets dazu bekommen. Ich muss nicht voll gemacht. Okay. Also ganz ehrlich, diesen... Aber... Panzer links benutzt. Panzer links benutzt. Ich sehe nicht. Hauptschaus. Na, das steht da mitten drauf. Betroffen, aber er mich auch. Ey, die Soundprodukte in Bad Company 2 ist viel viel besser als in der anderen Battle Street. Die ist schon sehr... Ja, das stimmt. Oben auf dem Balkon ist einer. Vor dem Haus. Alles klar. Hinten? Ah, ich muss hier mal kurz parken und reparieren. Ich nebel uns mal ein. Ich glaube auch, mach. Ja. Oh, Achtung. Ist er weg? Oh, shit. Es tut mir leid. Ja, da wollte ich gerade einer reparieren. Ah. Jetzt zieht er mich gerade extra auch nicht hinter den Panzer. Obwohl keiner mehr hat. Da steht wieder der Panzer in der Mitte. Ich glaube, da steht immer. Damage. Oh, den hätte ich mir mal. Eigentlich. Ist er das? Ne, das ist ein Baum. Geradeaus. Ruhig, Geiger. Das ist nicht wahr. Passt. Was? Ey. Jetzt soll ich... Hier, direkt vor uns. Direkt vor uns. Was? Sie kommen nicht an... Jetzt aber. Hä? Ja. Hast du den Wasser rechts? Ich bin nicht mehr gehandelt, ja. Achso. Jetzt wieder. Da steht Flak-Panzer. Damage. Was? Was? Oh. Die Panzer sperren immer kaputt. Ja. Alpha blinkt auch. Ist doch alles schön hier. Mei, das geht ja ab. Hier, rechts vor uns. Was? Arvin. Echt so? Geradeaus. Geradeaus. Der hat uns markiert. Wow, wow. Ich steig mal aus und versuch's ihn so zu holen. Ne, ich fahr einfach... Mach das... Mach auch und jetzt fahr ich rückwärts über irgendwen rüber. Oh, ich hoffe, der wehrt sich nicht. Achso, das ist nur ein Stein. Der hat uns ja gerade genervt. Ganz herzlich, jetzt fahr ich über ihn drüber. Ich hoffe, er wehrt sich nicht. Oh, auf rechts. Wo seid ihr denn so gerade? Echt tot, glaube ich. Ich setz mal Alpha. Ach, willst du? Ich bin dran. Scheiße. Aber ein Typ mit Granatwürfer hat dir gewusst. Los, pass auf, ich bin links von dir. Ich dachte, du bist bei mir im Panzermarmattan. Ja, ich bin kurz ausgestiegen, um den Typ zu töten. Ich komme ja wieder. Achso. Komm zurück. Lass mich nicht alleine. So ja nicht, Freund. Boah, du bist übelst angeschlagen, ne? Ja? Ja. Na gut, hm. Lauf, ich bin hinter dir. Achtung, C4-Kloss. Hab ihn. Boah. Der Kopfschuss. Achso, du bist aufwärts. 120 Millimeter. Millimeter direkt. Komm. Rein mit dir. Na ja. Gleich vor. Geradeaus kommt einer. Ja. Jo. Ich hab auch irgendeine Hilfe. Von rechts. Ja, warte mich. Ich wollte gerade einsteigen, schade. Ja. Drum rum. Anfahren am Hang. Im großen Gang. Du bist eins nicht schon wieder. So. Ist so gut. So gut, ey. Ich sollte Rapper werden. Mittwoch gehen, glaub ich. Geradeaus, geradeaus. Halb links. Machen wir mal kurz so noch dahin. Jetzt häng ich an irgendwas. Welche Karte? Am Leben. Links, immer noch. Ja, ja. Ja, jetzt auf jeden. Keine Ahnung, wie das gerade heißt. Oh, jetzt sind wir schon wieder markiert worden, ne? Ja. Habs abgeraucht. Das weiß ich mal gerade auch nicht, wie die heißt. Wo ist denn das? Du hast du nicht jetzt das Gebäude durch? Ja. Habs abgeraucht. Mal, alles kaputt. Was geht halt hier noch? Ah, wohin? Dann! Rechts von uns! Okay. Und im Haus ist noch einer. Den hast du jetzt, oder? Ah, links von uns! C4! Weg, weg, weg! Hast'n? Ja. Sauber. Ich repariere. Das ist C4, hängt immer noch. Kann man nicht weg reparieren? Achso, nicht. Hahahaha. Schön. Ja, kann man weg reparieren. Und den Panzer auch. Von den Kollegen. Und überhaupt alles. Schön. Gut. Gut gemacht. Lob. Nein! Ach! Haben wir das auch gezeigt? Achso, ja. Die Drohne. Können wir uns auch noch zeigen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie das Ding hochgeht. Wie geht das? Ich hab Air-Taste. Wie geht das? Nee. Wie geht das? Der ist schießen. Was soll der Bullshit? Scheiße. Flugzeug immer schießen. Geh, es fliegt nicht. Oh, nee. Es ist nicht gemessert worden. Was gemessert worden? Mhm. Hat einer auf den Drohnen-Typen gewartet. Also auf mich. Ja, das sieht aber schön aus. Dein Auftrag. Hier, SPS führt gerade. Jawoll. Ich hab einen Server gefunden. Nice. So, ich komm als Medic. Ich komm als Medic. Ich lege. Ich keller in wen. Dick, alles klar? Wo ist denn? Na Gott. Du möchtest Medicit. Liegt hier. Einfach aufs M-Com löten. Jejeje. Ah verdammt. So, sag mal aufs M-Com. Schönes Medicit. Ja. Schönes Medicit. So, zack. Erstmal ein Heimer Medic. Ich hab einen Klass hinter dir. Hab ich gehört, ja. Bei den Stein rechts. Oh, ja. Rechts bei den Stein. Analfire nennt er sich. Ah ja. Wenn mich da einer holen kann, hab ich nichts dagegen. Ne, ich bin auch tot. Schade. So, ist der Typ. Ey, das UAV Viech hol ich jetzt nicht nochmal. Ich weiß nicht, wie das hoch fliegt. Hol ich nen Hami. Oh, hinter uns. Fahr rückwärts, rückwärts, rückwärts. Nein, raus, raus, raus. Ich rette dich, räche dich. Ich muss aufpassen, dass man die Leute nicht überfährt hier. Jo, passt. Zug drauf. Rechts, rechts, rechts. Genau. Hatten. Jetzt fahren wir mal hier lang. Da geht immer nur. Taxi. Ich fahr mal direkt zur Alpha durch. Oh, Fabian fährt, ja? Ja, ja. 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 Nehmen wir auch schon drücken. Links. Links zwei. Links zwei. Steig schon mal aus. Hinter uns, jetzt. Pflege. Bauen. Sauber. Ich geh mal hier raus. Ich schütze ihn her. Panzer. Panzer ist an Alpha. Ich warte darauf, dass er aussteigt. Ich will aber nicht aussteigen. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, Leine. Bis dahin. Ich bin noch geblieben. Der Rechner bei mir kommt. Ist der mit den Schützenpanzer. Granate, Granate. Oh. Boah. Die hat mich erwischt. Ja, mich auch. Nehmen wir mal einen Bradley. Schomm. Ja geil. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm, komm, komm. Retz, Retz. Oh, danke. Rot. Rot wieder. Warte. Ich krieg echt noch. Jawoll. Jawoll. Das ist ein schönes Endbild. Spring, spring mal. Hups. Das ist laut. Huh? Nice. Nein. Schade. Gut. Gut, 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 gut. Das können wir immer noch. Aber wir haben das Scoreboard dominiert. Nice. Pfff. What else is new?